Ich bin ein Wunderschöner, meine tolle Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Overwatch auf der Playstation 4 mit Genji, mit dem Oni-Skin, den ich in Heroes of the Storm freigeschaltet habe. Ja, ich bin ein Bonze, Leute. Ich bin ein richtiger Bonze, man. Ich hab den Skin, den hab ich schon so selten gesehen in diesem Game. So selten. Zumindest auch der Playstation 4. Ich denke mal, auf PC wird den so wie jeder haben. Aber den er nur auf PC freischalten kann, diesen scheiß Skin, Mann, das trinkt mich so übelst. Mein Bruder wird den auch unbedingt haben, oder bekommt den, wenn er keinen PC hat. Das ist mir gerade. Und auf jeden Fall eine Runde mit Genji. Ich bin ja, wie ihr wisst, alle Genji-Main, also ich kann auch nicht mit ihm, also nicht. Ich bin wirklich, also wirklich, ich bin schlecht mit Genji. Will ich nur noch mal an dieser Stelle wiederholt haben, also wirklich, ich bin schlecht mit dem. Ich hab mit dem Maxi mal, ich will nicht lügen, 10-15 Minuten Spielzeit, wenn überhaupt. Wo treff ich den die ganze Zeit? Roll! Bin ich getroffen, wirklich? Oh mein Gott! Das ist so, wir haben Lust und wundern mich die ganze Zeit, warum ich hochheile so schnell. Oh, hier ist ein Genji. Jo, ich treffe natürlich, mein Aim ist on point mal wieder. Oh, Farrah, der ist schon tot. Nice. So, was war jetzt? L1 war mein Schnitt, genau, und R1 ist blocken, genau. Wollte ich auch immer an dieser Stelle testen. Alter, wie gesagt, Genji-Main-Boys. Genji-Main, ich werde hier eigentlich die ganze Zeit nur rumspringen und euch meinen Skin zeigen. Welchen Skin? Diesen Skin. Genau diesen Skin. Den werde ich euch jetzt ganz oft zeigen. Daraus besteht dieses Gameplay aus. Hier, guckt euch mal meinen Skin an, der ist cool. Ich bin so stolz darauf, dass ich den Skin nicht habe. Ist die cool für mich? Ich meine, nicht so cool für den, ähm... Wie ist der nochmal? Blackwatch-Skin? Ich meine, der ist natürlich ein bisschen... ein bisschen krasser. Scheiße, das meint hier gerade. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich tue was! Ey, die Genner werden bestimmt gerade denken. Oh mein Gott, der weiß, was er tut. Das werden sie bestimmt gerade denken. Denken, wie sie bestimmt gerade... Oh mein Gott, der Genji, Alter. Guck dich mit dem an, Alter, der macht Kills ohne Ende. Der weiß genau, was er tut, man, Alter. Sein Aim is on point. Ich? Oh mein Gott! Was? Von wo? Da. Ja, dann eben so ein Point mal wieder. Easy. Oh mein Gott! Ich bin bereit für eine ultimative Schießerei. Wo ist diese Frerra? Da oben. Das wäre jetzt so schön gewesen, wenn ich die Gold hätte, ne? Ähm, haben die sich gerade gegenseitig getötet, oder sah das gerade nur so aus? Ähm. Geht doch. Was heißt der Amateur? Vor allem, woher weiß sie das? Habe ich ihn geholt? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das ist er! Ja, komm, ein Angriff noch! Ein Angriff! Nein! Wollt ihr ihn noch messen? Oh, scheiße. Okay, Leute. Nochmal, Genji. Genji-Mane-Boys. Habe ich auch. Ich habe Sprays für ihn. Okay, das sieht der Spray so cool aus. Oh mein Gott, der ist... Der ist nice. Also, ja, dieses Spray ist nice aus. Ja. Was ist eigentlich gerade so? Kann ich das eigentlich so setzen, dass es aussieht, als wenn ich ihn da... ...schneiden würde? Guck mal, hier. Was für uns nie. Okay, okay. Oh, let's go, boys! Ah, ja, das ist Beat Bar. Ich wollte schon gerade sagen, hey, warum sind wir so schnell? Guck ich da... Ah, nicht! Ja, ich komme drüber. Ah, ich komme easy rein. Okay. 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 Ich traue mich da jetzt nicht rein zu gehen. Weil es eh nichts bringt, weil ich den noch nicht einnehmen kann, den Punkt. Jetzt können wir den einnehmen. Easy. Warte mal, kann ich da oben rauf? Nein, kann ich nicht. Okay, ich glaube, Genji hier drinnen... ...ist ein bisschen trufelmalig. Ich meine, die Farrah kann überall reinschießen und uns easy holen. Oh, guck mal, lol. Der wird sich auch denken, was macht der Typ? Einfach mal mitten in der Säule hochgeklettert. Was hat Genji gerade gesagt? Mushomadamoto? Oder kann das gerade so? Obwohl, eigentlich kann ich es doch ganz einfach machen, ne? Indem ich einfach... ...ähne machen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ach, die Scheiße, Farrah weg. Hat sie gerade gehört? Ich so... Ich wusste gar nicht, dass es auch sowas gibt. Dass sie auch wirklich darauf reagieren, dass sie gefroren wären. Sie gefroren wären. Come on. Pass auf. Ja. Mann. Was? Stalin-Bros? Heißt ja echt Stalin-Bros, Alter. Das ist ein fucking-Hand. Wo sie? Ist es so, die war hier drin? Lebt die immer noch? Neul, ich dachte, ich hab die gekillt. Wieso lebt die immer noch? Oh, mein Gott. Nicht ein Reaper. Nicht ein Reaper. Nice. Jetzt wird's massiv. Ja, Mann. Jetzt wird's massiv. Ich hab Leben. Immer. Nein. Wo ist sie? Schon wieder ein Diva, Mann. Meine Ulti. Mein Gott, das erste Mal Genji-Ulti. Oh, verdammt. Ich hab noch nie mit Genji eine Ulti gemacht. Also, wirklich noch nie. Oh, wir haben gleich gewonnen. Nice. Nice. Oh Mann, ich will noch mal gerne meine Genji-Ulti zum ersten Mal machen. Hab die wohl schon nie genutzt. Ich bin noch nie dazu gekommen, dass Trigger nicht mehr sind. Ich hab einen Kill gemacht mit der Ulti. Ich hab einen Kill gemacht mit der Ulti. Ich hab einen Kill gemacht mit dem Märchen. Jesus. Nice. Nice. Genji ist aber eigentlich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Also, wie gesagt, ich hab den sonst nie gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Genji ist eigentlich ziemlich cool. Ich glaub, ich sollte den mal ein bisschen öfter trainieren. Und jetzt? Kein Stich? Null Prozent. Bin ich heute einmal gestorben? Ein Tod, ja. Aber warum hab ich jetzt einen Erfolg bekommen? Kein Stich, null Prozent. Das ist eure gerechte Strafe. Warum hab ich jetzt gerade eine Trophäe bekommen? Wenn ich dann mal nachschauen. Ja, hat sie nice gemacht. Hat sie schon ziemlich nice gemacht. Ich bin nicht Highlight. Warum nicht? Warum bin ich hier nie drinnen? Ach, verdammte Scheiße. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüss.